Hallihallo, Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu ARK ja ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Sajid Möller Moinsens der Noxi Hallöchen Leute der ganz neuer Olli Juhu der Dynamo Ja moin moin der Geiserich Hallo zusammen und wenn ihr jetzt hier nicht seht ist der Nero Jo servus und der Jan Hallo ja und schon mal vorhinein Entschuldigung für meine Stimme ich bin ein bisschen angeschlagen noch ich glaube ich komme ziemlich laut rüber wegen der Stimme aber es wurscht auf jeden Fall übergebe ich mal das Wort zu Jan weil wir haben heute eine ab heute gibt es ein paar Parts Special Folgen und was das sein wird das erklärt mal der liebe Jan der das ganze hier konstruiert hat ja also ihr befindet euch hier mitten in unserem eigentlichen Serveraufnahmeritual auch wenn es jetzt dafür schon viel zu spät ist aber da muss jeder mal durch das ist einfach so hier werdet Moment jetzt muss ich auf den Zettel gucken 19 Stationen oder Level oder was auch immer absolvieren ja wo wir euch etwas quälen auch mit ein paar Denkaufgaben ein paar Rätsel sind zu lösen und so und ja der Geschwindigkeit der Schwierigkeitsgrad wird immer schwerer immer immer schwerer warum lachen sie ja auf jeden Fall in jeder Stufe sind Leute bitte komm schon äh durch jeden Level gibt's äh Lootkisten die ihr plündern müsst Bombs zu überstehen da sind Waffen drin Rüstung drin äh allerhand andere Gegenstände und teilweise auch äh Gegenstände die euch erstmal sinnlos erscheinen ihr aber bitte mitnehmt weil ihr sie im späteren Verlauf benötigen werdet Narkotik ähm Fallschirm Fallschirm und ja äh hier oben eigentlich jetzt nix mehr zu sagen genau wir starten auch direkt rein äh ach nein Moment in eurem Startraum findet ihr die Betten zum Respawn wenn ihr wenn ihr sterbt dann findet ihr wieder Spawn dürft mir einzigsten auf der Map sein also ist schlecht zu verfehlen ähm dann findet ihr da diverse Schränke mit diversen Inhalten Rüstung, Waffen und so weiter das ist eure Erstausrüstung da deckt ihr euch mit ein also teilt das unter euch auf äh ja um euch rum findet ihr noch ein paar lustige Schilder Lustigung aus allerhand Spielen und Filmen und so weiter und so fort äh ja außerdem ein Kühlschrank da sind Stimburys drin die haben mir auch das eine oder andere gefeet was betäubt und ja da ist es nicht schlecht wenn man ab und zu mal ein paar Stimburys zur Hand hat um seinen Teamkameraden äh wieder aufzuwecken so also ich werde mir äh ne Dings greifen auf jeden Fall äh ne 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 ein Helm und ein äh Brustpanzer ich weiß nicht was ihr macht weil wir müssen sich ja hier aufteilen es sind ja bloß vier von jeden Sachen da ja okay äh da hast du dich voll eingekleidet der Noxie äh du musst schon ein bisschen was abgeben ja 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 ich hab nicht ne warte äh du musst noch was an den Schrank dann ihr seid mal gewohnt ich ziehe meine Hose aus Schuhe und Handschuhe also ich kann gerne noch was abgeben möchte einen Helm haben oder so ja du hast einen Gast können die haben das wird so toll das wird so toll wenn das wird das letzte Mal dann ah besser hallo ich hallo ich sterbe schlimmer hier liegen noch Hände drin ne ihr solltet euch brauche Hände und Beine Karol wieso liegen da Hände drin oh ich will doch gar nicht die Hände hab ich mir dann äh ich bräuchte noch ein paar Pfeile wozu braucht man denn Narkotik das ist doch Quark äh warum liegen da Fallschirme drin das ist das Nox das Noxische Überlebenskit genau das ist der Noxische Leiter Leiterverstärker ähm ich weiß nicht ob ich dankbar sein soll oder ob ich ob ich euch einfach hasse ähm ähm Pieke und ähm ach warte mal wenn ich ist ja Quatsch wenn ich ne Pieke hab hab ich ja zwei Hände befüllt ne dann kann ich ja dieses Schild gar nicht nützen ja warte mal da lege ich mal ein Schild zurück wenn das hier auch jemand möchte ich glaub Pique und Schild kannst du gleichzeitig nehmen kann ich aber da musst du den Yannick fragen der ist Schild erfahren äh nein Pieke ist zweihändig da Narkotik ja ähm im Schrank sind noch Beine oder sprecht euch ab einer von euch beiden Onkel nimm dir die Beine nimm dir die Füß wer will denn den Revolver haben ist noch ein Revolver da ähm ich brauch ihn nicht also ich will ihn auch nicht Revolver ihr dürft den jetzt nicht mit dem Gedanken ablehnen der ist mir zu schwach ihr bekommt ne ganze Weile nichts stärkeres also ich würde nehmen hier sind auch noch Granaten und ähm ja Beerenpfeilen dann nehm ich noch die Beerenpfeilen kann ich da nehmen kann man denn hier noch ähm Pfeile brauche ich nicht also ich hab äh 149 normale und 17 Narkopfeile dabei Pfeile ok wie soll man denn Stimberrys mitnehmen da sind ja einige da oh was haben wir denn hier noch oh das klingt gut hier das nehm ich auch mal mit am besten auch äh nicht gleich alles auf einmal alles auf einmal wir werden das ein oder andere mal sterben ah was wie kannst du nur sowas sagen ich merke gerade ich 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 bin too heavy ich glaube ich leg mal noch etwas zurück ich hab hier noch eine Granate will die jemanden haben? außer Dynamo nö lass ich mal die Granate bei dir ähm wär jemand so gut und würde mal die erste Tür öffnen Enter PIN Code äh nein die ist zu die schalte ich frei ok Moment noch nicht ganz ausgerüstet ich bin noch so jetzt kann ich wieder laufen ok ich kann ja schon mal rätseln und äh ach ich bin so blöd ich brauch mhm jetzt hab ich doch wir können ja schon mal rätseln während der Rest sich noch ausrüstet ja und medizinisches Gebräu er wurde grad weg alles klar ne ist noch da ok eins möchte ich noch ganz ganz wichtig erwähnen äh das wird super super frustrierend für euch alle wahrscheinlich weil ihr werdet sehr häufig sterben das ist ganz normal schon wieder schon wieder? äh ja äh also ich hoffe wir haben wir haben die letzten drei Veranstaltungen keine Ragequit gehabt ich hoffe wir haben diesmal auch keinen aber trotzdem haben wir immer noch die Wahl ob wir uns vorwärts oder rückwärts in die Gallotine reinlaufen lassen ja oder seitwärts oder aufm Kopf oder was auch immer oder seitwärts also die die noch kein Schild haben können sich äh Schild noch nehmen in Rüstung und in Waffe ja aber ich hab noch was drin gelassen falls man stirbt ja die Leiche kannst du dann immer oft sammeln hm nehm ich hier noch ja ok ja wenn man ne Armbrust hat kann man ja kein Schild nehmen oder ja außerdem sind ja noch 100 Pfeile drinne die die Armbrust haben können sich da nehmen ähm ähm sag mal Olli willst du noch irgendwas weil ich hab hier 3 Sachen an und du 2 ok wer jetzt noch keine Nahkampfwaffe hat oder bloß eh ne ne Pieck ist noch da und hier vorne liegen noch Schwert und Schild drin das Schwert hab ich hier reingepackt wieder weil ich äh brauch nicht mehr wieso ok warte mal dann tausche ich hier mal dann mach ich nämlich hier äh da kommen sie raus da kommen sie raus da kommen sie raus werden sie äh soll ich noch die Beerenfalle mitnehmen oder lieber nicht was sie erstmal legen so also ich könnte die ein Schild haben die sollten komplett gewusstet sein finde ich ja komm hier dann kriegst du Oberteil und sowas ich kann dir auch was abgeben Schuhe Beine kann ich dir auch noch abgeben aber lass ruhig ich schmüge es gut nein ich mag es jetzt bis um die Eier rumwedelt gut gut ok nero hast du gesehen die Nachricht ähm ja ich werde auch gleich nochmal quicken hier meine Aufnahme weil das gerade alles Mist hier was ja 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 ähm willst du jetzt noch Beine haben ja ne äh eigentlich nicht aber wenn du willst so ja macht ja mehr Sinn wenn du hier ja ich hab's ich hab's ich hab's gelesen ja 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 dankeschön und kann mir mal eben einer sagen wie der wie ich das Metallblenden weg mach was denn für Metallblenden ja R. Blumen Quality 0 im in der Konsole eingeben nicht im Chat ich sehe jetzt schon den Chat aufploppen la 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 ähm ok ok komm wir werden nochmal ganz kurz Schilder lesen bis sie fertig sind das dauert noch ein bisschen im Finale ja ja der Heilige Gral wartet auf euch hahaha horder 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 lasst euch nicht vor den Zombies beißen das verursacht Mundgeruch mohaha am Ende gibt's Kuchen ja das äh verspricht uns Jan dass er uns dann ein Kuchen gibt nein das verspricht euch der Janik der hat das Schild aufgehängt ach so was nein vorsicht Stube herzlich willkommen was ist die Geschichte von eurem Tod gut don't go solo ähm ja den freundlichen Grill ist der Aufseher ähm ja im Außenrum oder oben im äh außen 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 alles klar alles klar la 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 oh und äh wie viele seid ihr 5 gellop ja äh 6 6 äh ich will jetzt keinen unterbrechen aber ich hab ich finde hier eine lustige Anekdote beziehungsweise eine Reihenfolge der Ring muss ins Feuer geworfen werden ihr habt keinen Ring da werft einfach auch was anderes ins Feuer zwei Meter weiter links ihr müsst unbedingt die Prinzessin retten alles klar Kinders der Auftrag steht wir müssen der Prinzessin ein Ring aufsetzen und sie dann ins Feuer werfen äh äh und hier äh und hier hinten das nächste Schild wäre dann das äh da war nämlich schon jemand hier der wurde wahrscheinlich ins Feuer geworfen Guybrush die Prinzessin oh ja das war wahrscheinlich die Prinzessin wahrscheinlich Guybrush die Prinzessin für jeden der nicht weiß wer Guybrush schief wird ist Monkey Island Daggert erschossen nein gehört niemand erschossen doch von letzter Zeit man muss ja nicht alles wissen so was ist denn jetzt hier los also ich mach einfach mal die erste Tür auf wir starten mit einem Rätsel alter Janik sieht aus wie ein Panzer so was haben wir denn hier diesmal kommt kein Binär lass die Leute erstmal mit dem Schild reingehen was also leider so gut es gibt Loxi Loxi du blockierst den kompletten Raum von der Alex Zettel drin und wie lange hat jemand hört zu wie lange hat jemand geschlafen wer dieser um sechs Uhr ins Bett geht und morgens um sieben aufsteht nicht die Antwort mal 1000 äh 25.000 mal oder Stunden. Nein, hat er nicht. Wenn er um 6 Uhr und um 7 Uhr, ach so, nicht am nächsten Tag, klar, dann ist es, ja, dann 1.000 Stunden. Ich würde sagen, es ist 1.000. Lass mal durch, lass mal durch. Wie, es wird doch irgendwie gesagt. Ja, 1.000. Richtig, fertig. Ich habe jetzt gerade am nächsten Tag, weißt du, deswegen. Oh, nee, warte, warte, ich brauche ein bisschen. Oh Gott. Sehr schön. Ich bin auch voll der Halbnackte. Ich habe gerade Déjà-vu. Oh, der Quetzel ist mit Glasboden ausgestattet. Ja, damit ich euch sehen kann. Sind sie jetzt draußen? Wieso sind sie heute eigentlich? Sehr schön, ich bin auch gleich fertig. Ich bin gleich da, noch ein paar Action. Oh, ich bin geduckt. Geh dir ab. Da oben ist Darth Vader, da ist Jan, jetzt seht ihr doch auch mal da oben. Hallo. Sachen sind verteilt, Jan? Der kleine Dreckfuckert, ist der hochverpisst? Was macht der Dreckfuckert hier mit drin? So, hier sind Granaten. Genau, Janik sagt, du wirst du zu, was eine Idee? Oh Gott. Ja, wir hatten da die Granaten reingestopft schon wieder. Ja, wir werden sehr viel Loot kriegen, wahrscheinlich mehr als wir tragen können, aber was wir über die Zeit immer wieder brauchen können und hier auf diesem zentralen Platz können wir immer wieder zurück, auch über Versorgungsgänge oder wenn wir sterben und ich würde euch bitten, den ganzen Kram, den ihr aufsammelt und nicht braucht, einfach hier rein zu stopfen, damit man sich, wenn man mal stirbt, eine Waffe schnappen kann und kann wieder in den Kampf und muss nicht erst seine Leiche suchen, sondern kann dann erst mal ein bisschen mitprügeln, wenn es dann gerade knapp wird. Also würdest du sagen, ihr habt es leichter gemacht? Allgemein ja. Ernsthaft? Aber jetzt haben wir aber oben zwei Pieken und alles sowas gelassen, weil ich da oben kommen wir eben wieder hin. Also von daher ist das schon okay, weil da oben spawnen wir immer, spawnt ja immer wieder jemand nach, wenn er stirbt. Weil immer ja jemand mitbringen können. Du glaubst wirklich nicht, dass du nicht stirbst, oder? Okay, ich erinnere dich beim ersten Mal. Okay. Seid ihr alle so weit? Ja. Seid ihr alle unten? Ja, aber Neuro, aber doch. Oh, nein, ich weiß, alle da. Warte mal, bevor ich jetzt vergessen, brauche ich einiges zu essen. Sechsen aus. Nee, nein, ist gut. Essen, trinken ist total ausgestattet. Sehr großartig auf den Stein, Beobachtsposition eingenommen, wir können loslegen. Okay, wir starten mit, Level 1. Wo ist Level 1? Da, wo ist Tor. Ob du wirklich richtig stehst? Wenn das nicht, dann geht dort. Ah, guck mal. Lohnt es sich, Fasern aufzusammeln? Nein. Ah, spinn. Ne, damit haben wir ja Erfahrung mit Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Hi, my name is Brian. Brian ist nicht drin. Gemeihe. Ich will euch nicht abschließen. Na, das ist doch gerade mein Problem. Ich stehe irgendwie mittendrin. Hilfe! Attacke. What the fuck, ich fliege. Territiziale. Ist eigentlich friendly fire on? Nein. Aber ist es nicht einfach besser, ist es nicht einfach besser, mal die Fiecher rauskommen zu lassen? Ich weiß nicht. Wäre viel zu einfach. Ja, weil... Alles gut, so ein alt tot. Alles gut. Ja, aber erstmal mal ein bisschen kontrollieren, was da so drin ist, ne? Mein Torporwert war auch gut dabei. So ist gut. Hier haben wir eine Kiste. Da. Gibt's eine Kiste? Ach, hier oben. Ja, klar. Achso, ja, du weißt ja doch. Pro Gehege gibt's immer eine Kiste. Genau. Nehm ich mal, ne? So. Also, alle, die noch was tragen können, nehmt mal was mit. Können wir dann in den Tresor tun. Auch wenn ihr es nicht braucht. Oh, ich bin jetzt gerade richtig viele Level gestiegen. Hier liegt noch was. So, ich nehme gerade alles raus und packen wir es mal in den Tresor. Alles klar. Leicht überladen. Na, komm schon. Achso, Nero, du kennst die Kommunikation mit mir. Wenn alle draußen sind, musst du mir sagen, wenn ich mich dazu machen kann. Ja, ja, alles gut. Ich sehe das nicht. Ja. Okay, zu. Ist das ein großer Kühlschrank? Wer macht denn hier immer so einen Krach im Hintergrund? Wahnsinn. Das frage ich mich auch gerade. Der Sergeant. Soll der Fleisch rein, du hast? Nein. Das Fleisch passt wegwerfen. Das brauchen wir nicht. Achso. Ich habe Fleisch jetzt aber reingepackt. Hab ich schon. Geht wirklich nur um die Ausrüstung. Nein, das ist flechsichtig. Ja, super. Erste Dings. Alles klar. Seid ihr soweit für die nächste Runde? Ich war noch nie so bereit. Lass. Okay, ich nehme das mal als Ja. Du streit, wo stehst du vor Tor Nummer 2 gerade. Ist dir das gebraucht? Und offen. Ja. Natürlich. Was haben wir denn hier drin? Ich mache doch noch Fleisch wegwerfen. Die sind aber lieb. Oh, die haben sich ein bisschen gesammelt. Oh, muss man die töten? Die tun ja gar nichts. Gehen wir mal kurz weg, Chef. Oh Gott. Ja, das ist leider die Voraussetzung, um ein Level weiterzukommen. Oh, okay. Jungs, ich brauche Hilfe. Ich glaube, ich habe das ein bisschen Akko gemacht. Gebe es aufs Maul. Okay, das war vielleicht dumm von mir ein bisschen. Au, 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 au. Dünamo, ich rette dich. Dünamo, wie hast du nur? Au. So, ich bin tot. Dünamo, ist die Prinzessin? Jungs, ihr agentoden. Ich bin Auntieину. Glock, wo? Glock mal, links. Das ist noch bewusstlos, oder? Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 actually. O, au, würde ich sagen, ganz, ganz, gar nicht. have you left, wa,nom culturedorragend. O,icar measures things like. Onkelbatch, ja, so war. So war. So, die wäldig ist wie das wieder da. Anweser Prozent er ist die Chance zum Beispiel sein kleines Klitzekleines Problem ich muss zu meiner Leiche zurück der Lichter mit und ich habe hier nix die Opelik die ich stehe bei ihr also muss nur noch kommen er hat sich schon besiegt was tut der letzte ist auch weg es war etwas totes können er hat er schaffte der Hacker cool danke aber Fleisch ist ja egal was machst du denn? Fleisch ist sehr egal Fleisch brauchen wir ja so eine Minute halb der Zeit um die Kiste zu nutzen dann geht die Tür zu what the fuck was ist denn los mit euch? wir haben es leichter gemacht jetzt mit Zeitlimit oder was? auf 50 Sekunden geht's noch? das hab ich den jetzt gemacht der Nero will treiben nimm mal einer der Gaskann hat und hol mal einer den Nero da runter so 40 Sekunden noch Kollege aufgeben also darf ich den jetzt ja der kann doch nix machen wenn wir hier drin sind oder? ich brauche ja bis hier lass mich durch habt ihr das Ding leer gemacht? ich bin überladen Junge wart's ab spring gar nicht nicht ihm hegen was her was denn? nach 20 Sekunden nee lass mich aufhören ich muss mich erst mal wieder einkleiden Jungen ich schrieb ja drück ihn fest nee warte 5 4 3 2 1 zu machen ernsthaft der haue ich bald aufs Maul also ich bin gerade erst mal wieder aufgestanden so zu sagen alles gut es ging nur darum dass du das schnell wieder raus sollst Tino Bären brauchen wir die nüge haben wir noch irgendwo Rüstungsteile übrig? dem Tresor ja 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 das ist ja wirklich ne Menge die Tresoridee war zu gut bisschen zu gut muss ich sagen ach das ist schon ok ok ja raus wird das nochmal wichtig ja hier liegt übrigens eine Apprentice Crossbow drin nur so zur Info ja hab ich reingepackt ja muss aber auch einer nehmen deshalb eine was? eine Armbrust? ja eine gute wir haben noch 45 Sekunden kannst du nichts drauf machen ok das ist doch echt total wo ist sie denn? ach so äh ja jetzt kommen wir zu äh zu Level 3 äh 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 ein kleiner Insider Noxy pass auf es sind noch welche Level 8 dabei die los! warte ich hab's gehofft warum bin ich denn jetzt so? wo sind die Armbrust? das ist offen ja viel Spaß die Armbrust ich glaube ich hab auch grad eine Armbrust rausgenommen ist das noch eine blaue? ach du scheiße verlegungen auf C ganz schaft der erste Gäste angriff des Level 80 dafür gibt's Granaten ja ich mach's rein warte ja aber wenn ihr alle unter der Tür steht dann ist das ein bisschen äh ich weiß nicht hört mich ein bisschen dass sie da so Rauchkramäte wer scheiß denn die Rauchgranaten? das muss Spannung geben ich verwirre sie sie seht dadurch nichts mehr ich bin blöd egal scheiß ich seh nix mehr ich bin blöd egal rein oh das sieht so gut aus von oben das sieht so gut aus keine Ahnung ich bin grad Babelade ich dreb mich im Kreis und hau ich mach das schon gut wir stehen draußen und guckt zu Alter ich seh nix ich seh nix wo geht's hier raus? wo geht's hier raus? wo geht's hier raus? wo geht's hier raus? wo geht's? also kein Medical Hilfe das war geil die ganzen Medical Dinger liegen noch oben das war geil ich seh noch ein paar Schwänzwedeln ich seh auch noch was ich seh auch noch was wieso siehst du Schwänzwedeln? was zum Geil ist los mit dir? ich guck euch zu ich hab doch 20 Leben mir geht's kurz so eine Minute wieder wirst du Küsten looten ja ich bin kann man die nicht einfach runterschmeißen? doch ne? so Kiste kannst du dich ja doch bewegen ja was soll denn diese scheiß das klappt doch überhaupt gar nicht mit dem Medical Kack da das funktioniert gar nicht ja doch das dauert funktioniert ich krieg überhaupt gar keine Energie wieder guck die Idee mit der Rauchgranate war super wir haben sie voll verwöhlt was ist mit unserer Leichter die hier liegt? noch 30 Sekunden alle raus sag mal halt's Maul jetzt wir haben hier schon genug Stress so kannst du machen du hast gedacht da liegt noch ne Ambus drin ne? ähm die blaue die hab ich mir geholt ja ok der hier liegt noch eine drin mitten drin also dritte und das 3 hier liegt auch ne Prentice 1, 2, 3 hat noch bissl Fleisch näher für euch rein getan so und ähm die gleiche hab ich auch schon nur weniger Fleisch nur weil das funktioniert die scheiße nicht ja jetzt ein kleiner Pip äh eckt euch gut ein oh ja Kanus wirst du sehen wenns vor dir steht keine Ahnung wenns der Hinne ist der hat mich schon angelächelt scheiße Kanus Kanus ja doch die Arme brüstet euch und lächst mich in Reihe auf was macht denn Nero Hit? ähm bohrer sind offen gemäuer bist du friedlich? bist du friedlich? ja lass mich raten du hast eh gedrückt der ist friedlich der will kuscheln einer ist down ich bin irgendwie live der Boycott ha 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 Nero ja warum? das war jetzt krass warum nicht auch jeder läuft wäre aber vor der Film da kommt dein Vogel kenn das nicht nicht reingehen 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 ha 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 komm her mein Bibi komm her mach dir irgendwie deine E-Taste mit mit Panzergriff fest oder so furchtbar oder? ey abartig heute ist okay alter ich hab ein Schild äh ich hab ein Pfeil im Schild hör doch einfach um euch die ganze Zeit zu bewegen mein Gott ey lauft mir die Haareißen scheinbar nicht so man scheinbar nicht so amana amana ach Carlos war der langweilig ich hab mich sorge gemacht hatten wir das letzte Mal 15 Stück ja ich hab eben hatte Nero gemeint das wär zu viel da hab ich noch 2 gekillt ja gut so viele müssen da ja nicht so hoch was haben wir hier noch drinnen oh schöne Sachen haben wir hier drinnen nehmen wir doch mal alles mit so ok ok aber ich würd sagen bevor wir das nächste Tor öffnen würd ich erstmal den Partiergang beenden hier liegt noch ne Rüstung nimm die mal mit bitte kannst du nix tragen ähm Onkel ein Tor habt ihr noch dann seid ihr mit dieser Etappe fertig ja aber es ist schon 25 Minuten ja das dauert aber ohja das dauert ok und ja dann würde ich sagen ähm nächstes Tor öffnet sich dann im nächsten Part und ja bis dahin Tschüss liebe Leute Tschüss 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 Ciao